So guten tag mein lieben freunde zurück zu einem weiteren angespiel diesmal ganz was besonderes und zwar werde ich jetzt mal ein browser jemand spielen und zwar das spiel heißt agar Punkt.io ist die website so heißt ja auch darum seht ihr es ja auch agar.io einfach im browser eingeben und ihr könnt theoretisch los spielen Ja Jetzt ist die frage ob ich auf dem tablet überhaupt spielen können Überlege ich mir gerade so richtig aber wir gucken mal das ist so ein spiel du bist kleiner punkt Ihr seht schon auf der map so ein bisschen dass alles menschen alles menschen was hier rumläuft ich glaube fast alles menschen Und ihr müsst versuchen kleinere punkte als euch also nicht alles können menschen sein weil und ja man muss auch gegessen werden teilweise auch punkte Die hier Rumlaufen vom systemen und rechts wird jetzt schon einen kleinen roten punkte gerade entstanden ist die ganzen punkte müsst ihr aufwissen Werdet immer größer immer größer immer größer ich gebe das auf nick werden erst mal ganz kurz meinen namen holen ich glaube da Jetzt kann man sich hier also ffh heißt glaube ich jeder für sich selber und da kann man auch im team modus spielen Dann schaue ich einfach mal ja okay Das ist jetzt natürlich ärgerlich weil ihr seht ich bin das hier und Ich kann es Schlecht spielen auf dem tablet aus dem grund Dass ich hier sehr stark auf meiner auf meinen tablet seht ihr schon teilweise wie groß sie sind die gegner hier Von tablet um tatschen muss das teilweise ziemlich hohe verzögerung hat Ja ihr seht schon ein bisschen größer geworden kann die meister noch nicht essen Eingabe wieder rufen nein geh weg da habe ich zum beispiel glp tv den kann man jetzt zum beispiel essen weil ich größer bin als er Wir werden uns aber erst mal hoch Snacken hoch essen weil ja Jetzt gehen auch schon leute zu jagen gerade wenn ich hier mit dem tablet spiele ist ein bisschen problematisch und wo gibt es ja auch ein ende Ich glaube hier war ich gerade schon beim ende habt ihr es gesehen meine kleine kugel wohl ein bisschen zusammen gedrückt Und da ist dann halt das ende Ja hier also es gibt also hier übrigens das ende es gibt auch gott oh gott oh gott Geh weg 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 er hat mich fast gegessen Er hat nicht geschafft mich zu essen man sollte sich halt nicht in die ecke drängen lassen das ist ein bisschen doof Und ja ich je mehr man also futtert an punkten desto größer wird man Ich habe es im browser ganz kurz gespielt und das erste mal das ist mir vorgestellt vor paar wochen wurde es mir vorgespielt mittlerweile ist das game ja angeblich total der renner Es ist auf jeden fall auch lustig zum beispiel den hätte jetzt aufessen können weil ich ein bisschen größer war als er Aber die meisten sind ja einfach nur das so von das ist eigentlich hier oben dieses komische lungensystem dort Lungensymbol oder was auch immer das sein soll ach schon wieder ein map ende hier Ach ist ja unfassbar So hier gehen wir mal ein Stück hoch Ja der run oh gott oh gott hier ist dann zum beispiel das ist zum beispiel einer der sich mal geteilt hat in der blaue da unten Geh weg Man kann es nämlich teilen später Und man wird halt geteilt ist halt klar dass du kleiner wirst also um die hälfte Kannst allerdings Noch ein paar mehr punkte dann Kontrollieren das heißt du bist dann statt einer zwei oder statt 2 4 statt 4 dann 8 und so weiter Muss natürlich immer ein bisschen was von der masse aufgeben Die dann natürlich auch gott ja da zum beispiel hat er sich gerade geteilt man kann mit space also es ist hier gerade ein bisschen schwierig weil ich habe hier keine tastatur Ähm Man kann mit space ich dann teilen wenn man groß genug ist Und kann sich nach vorne schießen nach vorne schießen und die man dann überraschen sozusagen Und oder halt einem anderen die punkte vor der nase weg schnappen Da steht immer schon press space to split und press v to eject some mess Ähm was das weg hat bedeutet bin ich mir unsicher ist aber auch egal Guck mal da will ich mich jetzt nicht gleich essen der typ da oben leider leider auch gott oh gott ich bin sowas von oh gott oh gott Der ist der warum Eingabe wieder rufen fick dich einfach Er hat sich jetzt geteilt und ist direkt in den großen rein und wurden natürlich aufgefressen Ja auf dem tablet ist ein bisschen schwieriger ich würde euch echt empfehlen auf dem browser zu spielen aber ich wurde gegessen Ähm ich kann es halt nicht im browser aufnehmen sondern muss es halt über also ich kann es schon im browser aufnehmen wenn ich dann halt äh Erster beim laufen also auf dem ipad Ja manchmal ist ein bisschen schwieriger und später werde ich dann wirklich so eine riesige große dicke masse Auch wenn man das im echten dem nicht sein möchte wird man es im spiel und das ist dann wirklich von vorteil Ihr seht übrigens sehr viele punkte und wenn man halt wirklich so ein dickes ding ist dann kann man die halt einfach alle mit einem mal fast essen Oh gott 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 Fick dich man nicht eingabe wieder rufen du scheiß drecks browser Mach einfach irgendwas ich glaube jetzt habe ich gar keinen namen es geht also auch keinen namen einzugeben Das heißt also man ist einfach namenlos und vielleicht denken die leute dann einfach Hey guck mal das cpu Und oh gott da kommt eine riesige masse an ey holy shit Alle bei mcdonalds gegessen hier Alter musst du schon eine weile spielen der typ übrigens ist letterboard oben rechts seht ihr Äh in der rand ist er Heißt also platz 1 ist Ultron wenn du den bewegten begegnen solltest äh da hast du schon verloren also Der frisst sich da wahrscheinlich sehr schnell auf wenn du langsam wenn du zu langsam bist vielleicht hat er auch 20.000 kugeln um sich herum Aber mit tut mittlerweile fingerweh ich weiß unglaublich auf die tat auf das tablet dreschen muss damit er eine bewegung erkennt das ist echt krass Und ja Ultron jeb Oh ich bin schon an dem rand angekommen Es gibt hier keinen sichtbaren übrigens unten links seht ihr den score 72 das heißt oh gott oh gott Oh 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 Lenz print wird mich verarschen auf diese dreckige scheiß werbung aufzuklicken Ähm Ja Nic kann man jetzt einfach gar keinen eingeben oder Ich Fresse Dich Ich heiße es jetzt nicht fressig und ich wurde gleich fast wurde ich gegessen Der eine hat sich gerade Feed mir genannt, oh Gott, oh Gott Ich glaube die grünen, die hier rumstehen sind wirklich, wirklich, also diese hier zum Beispiel kann man halt die grünen, es gibt halt mehr Punkte Da komme ich glaube nicht in Essen, okay Wir konnten uns beide gerade gegenseitig nicht essen, entweder war gerade eine Asynchronität im System Oder wir konnten uns gegenseitig wirklich nicht essen, so ein kleiner Loopschut oder so, weiß ich nicht Ähm, ja Da ist zum Beispiel ein dicker Hero, wie heißt denn der Hero, keine Ahnung, doch hier ist er, Hero Cellular, das ist die Nummer 1 gewesen, ich wurde gerade wieder übrigens gegessen Ich mache es noch einmal, dann höre ich auf zu spielen, weil mir das langsam mit Finger leid tut Und ja, da habt ihr schon gesehen, wie groß der ist, der mich übrigens auch gerade essen, der Manuel Es wäre cool, wenn es halt wirklich so, wenn es wirklich sichtbar wäre, wo die Grenzen sind, aber gut, ist okay Kann nicht alles haben Und ja, das ist eigentlich ganz funny, aber wirklich im Browser spielen, weil Tablet ist für den Arsch, ich mache das Ding echt gleich kaputt So, Agro bin ich gerade Wir haben wieder 19er Score unten links, wie gesagt, seht ihr eure Knubbels, die ihr bisher gegessen habt Ähm, ich kann jetzt, ich muss jetzt aufhören, weil mir echt langsam mein Finger gebrochen wird, durch dieses rauftippen Oh Gott, ähm, ne, also echt spitze im Browser, weil das macht, macht auf jeden Fall viel, viel Fun Ähm, und da könnt ihr auch wenigstens Space und W drücken, weil ich kann das im Browser nicht Es ist also nicht wirklich für, äh, mobile Eingabe oder mobile Geräte gedacht Und ja, wer es gerne probieren möchte, agar.io, ihr seht es ja schon, da überall steht hier agar.io Einfach mal reingucken, äh, Namen, coolen Namen nehmen, wie ich fress dich Und dann einfach rauf und alle losfressen Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, ich würde sagen, viel Spaß dabei Gerne mal eure Erfahrung mit mir teilen zum Spiel Äh, es ist recht stumpf, aber es macht doch wirklich Spaß Und ja, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns beim Angerspiel wieder Ähm, viel Spaß dabei beim Spiel und haut rein, Leute, ciao!